Drei, Zwei, Eins Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, aber diesmal mit einem Kumpel. Ich bin der Hempel, das ist Gütle, ich hoffe man kann dich auch ein bisschen hören mit dem Mic. So und heute haben wir mal ein bisschen Langeweile, wir haben ein neues Spiel gefunden, was mittlerweile schon über 10 Millionen Leute spielen oder so. Hier ist Lizzie, IO oder wie auch immer das heißt, ich fang jetzt einfach mal an das zu spielen. Schön am Rechner mit Blue Stacks, da macht das viel mehr Spaß, sonst hab ich das immer mit dem Handy gezockt und das ist mir richtig dreckig. Wieso hab ich eigentlich, guck mal, ich hab hier diesen Kitterwurm, grüge, grobe Farben ey. Ich versuche ihn mal abzuziehen. Oh, er versucht mich, jawohl, Alter, wow, er zieht mich ab, der Witze. Ja, ja, diese Erkunde ey, aber ist egal, ich hab auch was abgekriegt. Vielleicht muss ich ihn auch noch abziehen. Oh, da, oh, die Kleinen, die sind gefährlich, jawohl, und er frisst alles weg. Oh, wenn's leckt, dann ist das alles gar nicht so einfach, du. Da, er geht drauf. Der Drop nicht aufgepasst, was war denn? Oh, nein! Ja, aber das leckt, Alter. Zack, aber da geht's. Das war ja gar nichts. Oh, jawohl, Loot. Ja, was? Was war das denn? Der hat mich doch gerahmt. Hm, gleich nochmal von vorne, da kommt schon einer. Zack. Boah, zu schnell vorbeigeflitzt. Ich bin aber zu kurz, ich wusste. Mein Wurm ist noch sehr klein. Da, der fängt mich ein, der Wichse. Dieser Wichse. Nein! Ich hab gewusst, was er vorhat. Guck, wie riesig der schon ist, Alter. Oh, hat der ein Glück. Boah, hab ich ein Glück. Das leckt so, ich weiß gar nicht, wo ich hinlenke, Alter. Boah, ich bin doch blöd. So, jetzt hab ich den Deutschlandwurm. So, zack. So, jetzt sag ich dir, wie ein Deutscher richtig, äh, was er für einen Wurm hat. Boah, ist der gerade hops gegangen? Digga, der ist hops gegangen. Jawohl, Loot. Das ist meins. Jetzt muss ich noch ein bisschen aufpassen, hier. Da, guck, ich sag doch, die Mitte, kommst du in der... Boah, Digga, der kleine Wurm zieht ihn ab, Alter. Jawohl, ich zieh sie alle ab. Nein! Mega-Muzi-Wurm, was geht ab, Alter? Boah, Loot. Was macht denn der Loot hier? Das ist meins. Güttler, zieh dir das ein. Jawohl! Ich werd wieder groß, Alter. Ja, ja, haha. Kunde. Ah, das hat er davon. Weil er zu viel wollte. Weil er zu viel wollte. Schönes Ding. Jetzt, oh, guck mal, was für ein Platz ich schon bin. Ich kann andere einkreisen, ja. Guck mal, der will mich zum Beispiel. Der will mich. Hast du gesehen, wie er mich verfolgt? Ich kann ihn einkreisen. Mach ich noch. Ich kreise noch jemanden ein. Pass mal auf. So, den hab ich schon mal. Den hab ich, Güttler. Den hab ich. Boah, so hab ich letztens auch einen abziehen wollen, ne? Und der Kameran größere, der hat mich denn umkreist. Ja, ja, dann hast du verloren. Die Kreiseltaktik. Naja, er geht ganz schön eng. Das ist gar nicht so schlecht, was er da macht. Ich könnte damit auch verlieren. Jawohl! Aber ich hab ihn. Guck, so geht das. Das ist ein Wurm, ne? Gut, ich komm noch auf Platz 1. Pass mal auf. Meinst du? Na. Pass mal. Pfff. Boah. Das war mir gefährlich gerade, Alter. Ich hab richtig geträumt. Ich hab gerade nach unten geguckt. Digge. Der will mich. Weil ich Loot hab. Piss dich. Was sollte das denn? Hier ist mein Loot. Schön angeeckt, Alter. Das ist gemein, ne? Der konnte gar nichts machen. Wow! Wow! Jawohl! Weg mit dem Schwanz da! Wow, was geht denn hier? Nee, hier muss ich weg, Hüttler. Hier muss ich weg. Ich muss hier wieder raus. Ich Idiot, Mann! Ist das scheiße? Ich weiß es nicht, Alter. Ihr war überall, Alter. Ist das zum Kotzen? Weißt du was? Ich geh jetzt aggressiv auf Große rauf. Mit meinen kleinen, mickrigen Bogen hier. Wow, Loot! Jemand anderes hat ihn kaputt gemacht und ich... Ich sack mir alles ein. Wow, hier geht was ab. Wow! Juhu! Wow, ist das krank hier, Alter. Das ist für Pro-Gamer, ey. Aber es dürfte nicht lecken. Wow, Loot! Irgendwer kesselt einen ein hier. Oh, Mann! Dieser Kunde! Was ist er denn vor mir, Mann? Ey, ist das bescheuert, ey. Oh, tot. Guck mal. Guck mal, was er versucht. Wollte er mich abziehen. Oh, je! Wow! Guck mal, die werden nicht mehr größer. Das ist hier... Alter, Ottoman Empire. Alter, ist der Größte bis jetzt auf dem ersten Platz. Wichser, Alter. Jetzt hat er mich. Er hat mich eingekesselt. Ey! Gleich höre ich auf hier. Wenn ich jetzt nochmal totgegültle, dann reicht es mir. Boah, Loot! Aber der eine Wump war schon sehr groß von mir, ne? Boah, so ein Kunde, Alter. Jetzt frisst er sich schon satt, Alter. Boah! Hab ich nicht aufgepasst. Okay, jetzt reicht's. Alles klar. So, haut rein, ihr Schnurderbacken. Peace.